Zack, zack, zack! Zack, zack, zack! Oh Gott, das war's ja schon fast mit dem Blick. Ich hätte mit dem Blick so ein... Dreck! Das sieht ja jetzt aus wie so mächtiger schwarzer Käse. Oh Gott. Da kommt man ja nicht mal richtig hoch. Das hat sich echt gelohnt. Aber hier wird ja auch mal eine geheime Privatzucht an Käfighaltungstieren. Ich hab gestern zuerst diese Babyschafe und Tiere gesehen. Oh, die sind so süß. Wenn man natürlich Hühnertierzucht betreiben, ich weiß es gar nicht. Denn dann will sich das nur für Eier lohnen. Ich glaub das geht. Sicher bin ich mir zwar nicht amal. Ich glaub schon. Dass es geht. Ich glaub ich muss grad gegen das Lied eigentlich die ganze Zeit ansprechen. Weil das zu wenig laut ist. Im Gegensatz zu anderen Liedern. So, dann gehen wir mal die Settings aufsammeln. Das Holz abbauen. Und dann hier so ein bisschen Holz anbauen. Dann haben wir hier mal so ein Matrix Jump. Immer noch nicht die Matrix, aber trotzdem. Hier haben wir hier. Hier haben wir die Dirt 2X, die ziemlich fehlfreit nicht aussehen. Oh egal. Wir haben eine richtig große Ranch-Fläche gebaut. Auch wenn das meiste davon wohl ist. Ziemlich dumm, aber... Ich weiß nicht. Also für die Leute, die grad erst angefangen haben zu gucken. Ich weiß nicht, ob ihr die ersten Folgen aufgeguckt habt. Eins bis irgendwas. Bis 16 oder so war das. Ob mein PC so ruhig lahm war. Habt ihr euch das wirklich angetat? Oder... Ja, dann tut's mir leid, dass der PC zu schatze war. Die ist ja jetzt auch nicht so viel besser. Aber dann muss ich... Besser als auf dem Fall. Okay. Macht man einen Zorn? Das weiß ich noch nicht. Da müsste ich mir mal helfen. Ich hab das jetzt mal alles gerufen und zäunen. Und ich sehe, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Also werden wir das hier gleich nochmals... Und dann werden wir noch mehr Zorn machen. Und dann wird noch mehr Zorn machen. Das ist eigentlich ganz... Das geht so von einer... Art her. Bisschen... Neue Place reingehauen. Damit sich das auch ein bisschen abwechselt. Tja... Wollen wir das hier rankoppeln? Ich weiß es noch nicht. Oder hier so eine kleine Fläche lassen, wo wir dann irgendwie so... Ja... Ja... Machen wir das mal so. Es soll nicht daran ankoppeln, sondern... Der ein eigener Platz sein. Wäre zwar cool, wenn dann da irgendwie... Kein Mast auf dem Weg sein könnte. Aber das wird's auch nicht sein. Können wir auch noch eine Hundehütte bauen oder so. Und... Jetzt müssen wir neues Zeug machen. Genug Holz haben wir jetzt gesammelt. Aber... Schon kacke, wie viel man für manche Sachen verbraucht bei meiner Kraft. Ein paar Stickis reichen ja. So ein paar... Rein da... Rein mit euch scheiß Stinkis. Das war schon alles? Wow... Ich find das richtig cool, dass man das jetzt machen kann. Das spart so viel Zeit. Fiel ja nicht mal eine wertvolle Zeit mit diesem Scheiß... Äh... Dunkel. Machen wir das kurz zu Ende. Und jetzt hab ich wahrscheinlich viel zu viel Zaun gemacht. Ja, wie kümmert's? Ja, wie kümmert's? Wenn jemand sagt, ja, mich kümmert's, dann schlag ich dir in die Fresse. Absteckerei. Hier fehlt noch ne Fackel. Das ist sonst zu dunkel. Und die spawnt was. Dit. Dit 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 dit. Rüber hier. Oh. Hehehehe. Das war nicht mit Absicht. Jetzt gehen wir aber mal ins Bett und ein bisschen schliepen. Hm. Das sieht doch nice aus. Noch so ein bisschen verlängern. Das machen wir mal auf der anderen Seite auch. Damit das nicht so... ...popietrisch aussieht. Hm. Das Bett haben wir hier unten. Ich will das hier auch noch unbedingt verbessern, weil das so mitten im Raum da ist. Dieser Raum hier ist allgemein so klein. Das kotzt mich ein wenig an. Ja, 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 ja. Okay, jetzt sind wir wieder wach. Mal gucken. Wie mich das ankotzt. Wie mich das ankotzt. Ich muss kurz ein Rezept nachgucken. Ich weiß leider das Soundtor Rezept noch nicht, weil ich noch kein Soundtor gemacht hab. Moment. Ich kann ja so lange pausieren, aber das wär dumm. Deswegen lass ich das hier so... So lange kann ich ja mal gucken, was ich an Archivments hab. Sieht noch nicht sehr gut aus. Oh, ne Keule hab ich noch nicht gemacht. Time to strike. Ich werde da ein bisschen schweigen, die Musik wird euch so lange ablenken. Wo haben wir es denn? Oh, ich find das gar nicht grad... Hm. Ähm. Ich geh mal auf Goldene Äpfel und guck mal von da aus, ob man da den Zaun findet. Nee, hier findet man nur Items. Diamant. Man kann ja Diamant glatt machen und davon lass ich mich darauf verlinken. Diamant glatt machen. Holz. Jetzt. Jetzt finden wir hier unten gleich den Zaun. Mesa-Ziegel-Zaun. Zaun. Zauntor hier. Hm. Das ist ja ein schönes Rezept. Aber den müssen wir so an, die sonst noch für Rezepte machen. Okay, dann haben wir's mit dem Rezept. Hm. Hm. Ich hätte anstatt so viele Steckis zu machen mit Zaun, auch ein bisschen was für Zauntor aufhelfen können. Alter, das war genau abgestimmt. Alter. Das hab ich grad grad nicht bekommen sehen, dass es genau passt. Wirklich jetzt. Naja, ich hab's eben drauf. Äh, das wird jetzt ne Weile dauern. Moment, das zählen wir jetzt erstmal ab, wie viel das hier ist. Eins. Eben. Drei. Fünf. Sieben. Neun. Elf. Dreizehn. Fünf. Fünf. Sieben. Neun. Elf. Dreizehn. Fünfzehn. Siebzehn. Neunzehn. Oh ja, das hab ich erwartet. Oh ja, das hab ich erwartet. Wann müssen wir das jetzt mal so machen oder so? Okay, hier wird der Eingang sein. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Da drüben. Wie viele sind da jetzt? Äh. Eins. Zwei. Drei. Fünf. Sechs. Sieben. Neun. Ich hab mich doch nicht verzählt, oder? Ne. Okay, dann wird hier der Durchgang sein. Wo wir dann auch direkt zu den verschiedenen Abteilungen kommen. Neun. Neun. Ich mach einen kleinen Hühnerzucht irgendwas. Käfig so oder so. Neun. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das alles aussehen wird. Neun. Wir müssen jetzt hochfliegen. Mit, äh, nicht Too Many Items, sondern mit Singleplayer-Comments. Aber das gibt's ja noch nicht dafür, weil das ja alles viel schwieriger ist als Too Many Items zu machen. Jetzt müssen wir ja erstmal ein bisschen was zu futtern holen oder machen oder wie auch immer. Wir sollten auch unbedingt mal Weizen anbauen für die ganzen Viecher, die wir dann züchten. Genau. Wo bauen wir denn? Die Weizenanbaufläche machen wir hier irgendwo. Jo. Gute Idee. Wollen wir erstmal ein bisschen abwacht, damit das nicht so scheiße aussieht. Hm. Dann... Allerdings... Müssten wir dann hier auch noch irgendwie alles... Hier wär doch gut. Ja. Ne, hier machen wir dann den Zaun hin. Beeil dich. So. Oh. Die sehen ja scheiße aus. Die schweben in der Luft auch noch. Egal. Aber jetzt hab ich zwei gemacht. N? Eigentlich sollten wir das von hier irgendwie zugänglich machen. Das wär wahrscheinlich schlauer. Kann man die wenigstens schnell mit irgendwas abbauen? Ne, wahrscheinlich mit einem Schwert oder so. Ja, eindeutig. Das war's von diesen Parts. Euer Prodige Kla 1. Euer Prodige Kla 1. Ja, wir gelingen sein. An Ph beginning Bowen. equilibADE AquaMS. Bis zum nächsten Mal.